Musik Zum Häckseln kommt der Eder Konrad von Bierwagen, Lohnunternehmer, den Gras Häckseln, die waren entweder 940, 950 oder 960, die hat mehrere Häckseln und auch Polariwagen und ein Beginn und so weiter. Also, grüßt ihr mich, den braucht ihr zum Häckseln oder zum Mähen oder sowas, oder Güllifahren, wird sein bei ihm. Ja, so eine kleine Schleichwerbung dazu. Macht das super, kann man nicht sagen. Und lauter kommen die Leute. Eine große Leidung, die jeweils zu sehen. Musik Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020